Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, ich bin ultra hyped auf das heutige Video, denn wir spielen ein Spiel, das so circa jeden Preis gewonnen hat, den man gewinnen kann. Und in jedem Test zu diesem Spiel steht ebenfalls geschrieben, dass man selbst gar nicht das Spiel spielt, sondern das Spiel spielt mit dem Spieler. Von daher habe ich auch ein bisschen Angst. Okay, wir können uns umgucken, wir können sagen, ach das ist ein Bild, okay. Oh, okay, ich kann auch schon laufen. Ähm, wir sind im Büro 427. Okay, wir haben gerade 10, 5, ich kann nicht lesen. Das hier wird wahrscheinlich unser Büro sein. Ich glaube, wir laufen einfach mal raus. Lädt ihr auch dazu ein, weil die Tür hier offen steht. Hier ist 429 Büro, hier ist 428, da kommen wir nicht rein. Meine Fresse, schrei mir nicht sonst auf! Auf! Okay, also, wir sind anscheinend Mitarbeiter 427 und diese Person mit dieser komischen Stimme, der hier so laut am rumschreien ist, hat uns gerade gesagt, dass alle Mitarbeiter irgendwie verschwunden sind. Und wir die einzige Person... Waren wir nicht gerade schon? Sag mal, bin ich blöd oder sieht alles gleich aus? Wenn Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Warte. Hä? Es ist chillig. Kann es nicht einfach so bleiben, dann ist es wenigstens mal hell. Aber das ist generell ganz cool an diesem Spiel bisher, dass es halt nicht dunkel ist. Ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber ich hoffe einfach mal nicht. Also, die Person hat gerade gesagt, wir gehen durch die Tür links. Ich gehe aber rechts durch. Oh! Mann! Dann re... Okay, also wir sind anscheinend durch die falsche Tür gegangen. Ich dachte, ich sorge ein bisschen dafür, dass es hier ein bisschen Spannung beinhaltet und ich mache nicht das, was er mir sagt. Kann ich schneller laufen? Nee, geht nicht. Ich kann ich springen auch nicht. Kann ich E drücken? Geht auch nicht. Ich bin im Meeting. Ah, yes. Truly a room worth admiring. Stanley simply stood here, drinking it all in. Okay. Also, es soll so ein bisschen so sein, dass die Stimme, die hier mit uns redet, irgendeine übergeordnete Stimme ist, die uns selbst, wir sind nämlich Stanley, sagt, was wir... Yes. Really, really worth it being here in the room. Here you sit, looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Okay, er macht uns gerade ein bisschen fertig dafür, dass wir uns... But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Okay. Die Stimme sagt uns also, was wir zu tun und zu lassen haben. Von daher hören wir der Stimme jetzt einfach mal zu, weil ich habe keinen Bock, hier jetzt irgendwie Stress zu bekommen. Er meinte nämlich gerade, Stanley nimmt die erste Tür auf der... Er sagt uns, dass wir in die Richtung laufen sollen, aber da hinten ist es dunkel. Man kann halt hier mitbestimmen... Dass die auch hinter einem immer alles zumachen, ne? Sollen wir jetzt da hinten lang laufen, oder hier? Hier geht's halt auch nach oben, nur. Komm, wir testen das mal. Oh nein! Wir fahren nach unten! Ich will... Hey, nee! From here it's... Left. Chillig, dass jetzt ein neues Minecraft-Update euer Dings ist. Ich lad's gleich runter! Er checkt nicht, dass ich hier gerade ein Horrorspiel spiele. Kann ich dich einfach wieder hochfahren? Oh! Ey! Ich dachte, wir werden wieder zu... 2000 Jahre später. So. Minecraft-Update ist runtergeladen. Zurück. Zu dem Spiel. Hinter mir ist auch zu. Okay. Weiß ich am ringen, Luca. Es ist ein ganz normales Spiel. Einfach. Oh nein! Es ist zu der Seite. Mein Fehler. Mach das nicht mit meinem Herz! Ich brauche das noch! Oh! 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 Ganz kurz. Ich weiß nicht, auf was ich mich hier eingelassen hab. Aber anscheinend... Oh, ich will's gar nicht wissen. Okay, wenn das Herz nicht lang geht, wenn das Ding wieder zufährt. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Warum kommen mir solche Geräusche? Warum sind solche Geräusche? Ich will nie! Huh? Nein, 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 nein. Das ist nicht richtig. Du solltest noch nicht sein. Das ist alles ein Spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. Okay, 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 okay. Wir müssen nur zurückkommen. Oh. Nein, oder? Nein! Fuuu... Nein! Nein, nein! Wenn Stanley... Wait, wait, what? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over. Completely fresh. Come Stanley, let's find the story. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist und warum es so mit mir spielt. Aber vorhin waren hier doch noch zwei Türen. Da gab's links und rechts. Kannst du mal deinen Maul halten? Nein. Was soll das? Was soll das? Ein letztes Mal. Halt dein verdammtes Maul! Ist mir egal, wo meine Kollegen sind. Ich will auch nicht in einen verficksten Meeting-Raum gehen. Ich will einfach, dass da wieder zwei Türen sind und dann gehe ich in den... in den... in den... Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible, the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Ich soll jetzt wieder zurück gehen? Ich komm doch von da! Gucken wir mal, ob wir irgendwas verloren haben. Ob wir was vergessen haben. Was soll ich denn vergessen haben? Ha! I knew we'd miss something. The story. Here it comes. Wieso lauf wir hier im Kreis? No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Ich spiele dieses Spiel nicht mehr. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ich hab dreimal den übelsten Jumpscare gehabt, weil ne Tür vor meiner Fresse zugegangen ist. Und damit spielt dieses Spiel. Dieses Spiel will, dass man sich manipulieren lässt. Dieses Spiel will, dass ich die ganze Zeit sage, Ich geh zurück. Ich geh wieder nach vorne. Ich geh links, rechts. Oh, zwei Türen. Oh, plötzlich acht Türen. Nicht mit mir! Nicht mit mir! Weg!